Wilhelm Hauf Lichtenstein Heutzutage Herzog Ulrich von Württemberg liebte eine gute Tafel, und wenn in guter Gesellschaft die Becher kreisten, pflegte er nicht so bald das Zeichen, zum Aufbruch zu geben. Auch am Hochzeitsfest Mariens von Lichtenstein blieb es seiner Gewohnheit treu. Man war, als die heilige Handlung in der Kirche vorüber war, in den Lustgarten am Schloß gezogen. Dort hatten sich in den Laubengängen und künstlich verschlungenen Wegen die Hochzeitsgäste ergangen, oder an den zahmen Hirschen und Rehen im Gehege, oder an den Bären, die in einem der Gräben des Schlosses umherwandelten, sich ergötzt. Um zwölf Uhr hatten die Trompeten zur Tafel gerufen. Sie wurde in der Thürnitz gehalten, einer weiten hohen Halle, die viele hundert Gäste faßte. Heute sah man hier einen gemischten Kreis schöner Frauen und fröhliche Männer um reichbesetzte Tafeln sitzen. Auf den Galerien schwangen die Geiger lustig ihre Fiedelbogen. Die Zinkenisten bließen ihre Backen auf, die Trommner schlugen kräftig auf die Felle, und mit Jauchzen und Hallo stimmte die Volksmenge, die man auf den übrigen Teilen der Galerien zugelassen hatte, ein, wenn die Herren unten einen Dringspruch ausgebracht hatten. Am oberen Ende der Halle saß unter einem Thronhimmel der Herzog. Er hatte seinen Hut weit aus der Stirn gerückt, schaute fröhlich um sich und sprach dem Becher fleißig zu. Zu seiner Rechten, an der Seite des Tisches, saß Marie. Jetzt wollte die Sitte nicht mehr, daß sie die Augen niederschlug und sechs Schritte von dem Geliebten entfernt blieb. Ein fröhliches Leben war in ihre Augen, um ihren Mund eingezogen. Sie blickte oft nach ihrem neuen Gemahl, der ihr gegenüber saß. Es war ihr oft, als müsse sie sich überzeugen, daß dies nicht alles ein Traum, daß sie wirklich eine Hausfrau sei und den Namen, den sie achtzehn Jahre getragen, gegen den Namen Sturmfeder vertauscht habe. Sie lächelte, so oft sie ihn ansah, denn es kam ihr so vor, als gebe er sich, seitdem er aus der Kirche kam, eine gewisse Würde. Und es war so, wie Marie zu bemerken glaubte. Georg fühlte sich gehobener, mit einer neuen Würde umgeben. Es schien ihm, als zeigten ihm die Junker mehr Ehrfurcht, als zögen ihn die älteren Ritter freundlicher zu sich heran, seit er nicht mehr allein in der Welt stand, sondern wie sie ein Hausvater, vielleicht der Stammhalter eines glänzenden Geschlechtes geworden war. In die Nähe des Herzogs war der Ritter von Lichtenstein, Mark Stumpf von Schweinsberg und der Kanzler gezogen worden, und auch der Ratsschreiber von Ulm saß nicht fern, weil er heute als Geselle des Bräutigams diesen Ehrenplatz sich erworben hatte. Der Wein begann schon den Männern aus den Augen zu leuchten und den Frauen die Wangen höher zu färben, was der Herzog seinem Küchenmeister ein Zeichen gab. Die Speisen wurden weggenommen und im Schloßhof unter die Armen verteilt. Auf die Tafel kamen jetzt Kuchen und schöne Früchte, und die Weinkannen wurden für die Männer mit besseren Sorten gefüllt. Den Frauen brachte man kleine silberne Becher mit spanischem süßen Wein. Jetzt war der Augenblick gekommen, wo nach der Sitte der Zeit dem neuen Ehepaar Geschenke überbracht wurden. Man stellte Körbe neben Marien auf, und als die Geiger und Pfeifer von neuem gestimmt hatten und aufzuspielen anfingen, bewegte sich ein langer, glänzender Zug in die Halle. Voran gingen die Edelknaben des fürstlichen Hofes. Sie trugen goldene Deckelkrüge, Schaumünzen, Schmuck von edlen Steinen als Geschenke des Herzogs. »Mögen Euch diese Becher, wenn sie bei den Hochzeiten Eurer Kinder, bei den Taufen Eurer Enkel kreisen, mögen sie Euch an einen Mann erinnern, dem Ihr beide im Unglück Liebe und Treue bewiesen, und einen Fürsten, der im Glück Euch immer gewogen und zugetan ist.« Georg war überrascht von dem Reichtum der Geschenke. »Euer Durchlauch beschämen uns,« rief er, »wollt Ihr Liebe und Treue belohnen, so wird sie nur zu bald um Lohn feil sein.« »Ich habe sie selten gefunden,« erwiderte Ulrich, indem er einen unmutigen Blick über die lange Tafel hinschickte und dem jungen Mann die Hand drückte. »Noch seltener Freund Sturmfeder hat sie mir die Probe gehalten. Darum ist es billig, daß wir die reine Treue mit reinem Gold und edle Liebe mit edlen Steinen zu belohnen suchen. Doch wie? Eure schöne Frau vergießt Tränen? Ich weiß die Quelle dieses klaren Taus. Es ist die Erinnerung an unser bittres Geschick, die wir selbst heraufbeschworen haben. »Hinweg mit diesen Tränen, schöne Frau! Am Hochzeitstag ist es kein gutes Zeichen. Doch mit Verlaub, Eures Eheherrn, will ich jetzt eine alte Schuld einziehen. Ihr wisst noch welche?« Marie erröthete und warf einen forschenden Blick nach Georg hinüber, als fürchtete sie, jenes alte Übel, das sie oft kaum zu beschwören vermochte, möchte wiederkehren. Georg wußte recht wohl, was der Herzog meinte, denn jene Szene, die er hinter der Tür belauscht, war ihm noch immer im Gedächtnis. Doch er fand Gefallen daran, den Herzog und Marien zu necken, und antwortete, als diese noch immer schwieg, »Herr Herzog, wir sind jetzt zusammen ein Leib und eine Seele, wenn also meine Frau in früheren Zeiten Schulden gemacht hat, so steht es mir zu, sie zu bezahlen.« »Ihr seid zwar ein hübscher Junge,« entgegnete Ulrich mit Laune, »und manche unserer Fräulein hier am Tisch möchte vielleicht gerne einen solchen Schuldbrief an Euren schönen Mund einzufordern haben. Mir aber kann dies nicht frommen, denn meine Urkunde lautet auf die roten Lippen Eurer Frau.« Der Herzog stand bei diesen Worten auf und näherte sich Marien, die bald errötend, bald erbleichend, ängstlich auf Georg herübersah. »Herr Herzog,«, flüsterte sie, indem sie den schönen Nacken zurückbog, »es war nur ein Scherz! Ich bitte Euch!« Doch Ulrich ließ sich nicht irre machen, sondern zog die Schuld samt den Zinsen von ihren schönen Lippen ein. Der alte Herr von Lichtenstein sah bei dieser Szene finster bald auf den Herzog, bald auf seine Tochter. Vielleicht mochte ihm Ulrich von Hutten einfallen, denn seine Blicke streiften auch ängstlich auf seinen Schwiegersohn. Der Kanzler Ambrosius vollernd aber schaute mit höhnischer Schadenfreude aus den grünen Äuglein auf den jungen Mann. »Hiehieh!«, rief er ihm zu, »ich lehre meinen Becher auf gutes Wohlsein! Eine schöne Frau ist eine gute Bitschrift in aller Not. Wünsche Glick, liebster wertgeschätzter Herr! »Hiehieh! Ist ja auch was Unschuldiges, solange es vor den Augen des Ehemannes geschieht.« »Leaterdings, Herr Kanzler«, erwiderte Georg mit großer Ruhe, »um so unschuldiger, als ich selbst dabei war, wie meine Frau seiner Durchlauch diesen Dank zusagte.« »Der Herr Herzog versprach beim Vater für uns zu bitten, daß er mich zu seinem Eidam annehme, und bedung sich dafür diesen Lohn an unserm Hochzeitstage.« Der Herzog sah den jungen Mann mit Staunen an. Marie errötete von neuem, denn sie mochte sich jene ganze Szene ins Gedächtnis zurückrufen. Aber keines von beiden widersprach ihm, sei es, weil sie es für unschicklich hielten, ihn Lügen zu strafen, sei es, weil sie ahnten, er könne sie belauscht haben. Aber Ulrich konnte doch nicht unterlassen, ihn heimlich um die näheren Umstände zu befragen. Er teilte sie ihm in wenigen Worten mit. »Du bist ein sonderbarer Kauz,« flüsterte der Herzog lachend, »was hättest du denn gemacht, wenn wir damals ein Küsschen erobert hätten?« »Ich kannte euch noch nicht,« flüsterte Georg ebenso leise, »drum hätte ich euch auf der Stelle niedergestochen und an die nächste Eiche aufgehängt.« Der Herzog biß sich in die Lippen und sah ihn verwundert an. Dann aber drückte er ihm freundlich die Hand und sagte, »da hättest du alles Recht dazu gehabt, und wir wären in unseren Sünden abgefahren. Doch siehe, da bringen sie wieder Spenden für die Braut.« Es erschienen jetzt die Diener der Ritter und Edlen, die zur Hochzeit geladen waren. Die trugen allerlei seltenes Hausgerät, Waffen, Stoff zu Kleidern und dergleichen. Man wußte zu Stuttgart, daß es der Liebling des Herzogs sei, dem dieses Fest gelte, drum hatte sich auch eine Gesandtschaft der Bürger eingestellt, ehrsame, angesehene Männer in schwarzen Kleidern, kurze Schwerter an der Seite mit kurzen Haaren und langen Bärten. Der eine trug eine aus Silber getriebene Weinkanne, der andere einen Rumpen aus demselben Metall mit eingesetzten Schaummünzen geschmückt. Sie nahten sich jetzt ehrerbietig zuerst dem Herzog, verbeugten sich vor ihm und traten dann zu Georg von Sturmfeder. Georg von Sturmfeder reichte beiden die Hand und dankte ihnen für ihr schönes Geschenk. Marie ließ ihre Weiber und Mädchen grüßen, und auch der Herzog bezeigte sich ihnen gnädig und freundlich. Sie legten den silbernen Becher und die Kanne in den Korb zu den übrigen Geschenken und entfernten sich ehrbaren und festen Schrittes aus der Türnitz. Doch die Bürger waren nicht die Letzten gewesen, welche Geschenke gebracht hatten. Denn kaum hatten sie die Halle verlassen, so entstand ein Geräusch an der Türe, wo die Landsknechte Wache hielten, das selbst die Aufmerksamkeit des Herzogs auf sich zog. Man hörte tiefe Männerstimmen, Fluchen und Befehlen, dazwischen ertönten hohe Weiberstimmen, von denen besonders eine, die am heftigsten haderte, der Gesellschaft am obersten Ende der Tafel sehr bekannt schien. »Das ist wahrhaftlich die Stimme der Frau Rosl!«, flüsterte Lichtenstein seinem Schwiegersohn zu. »Wart weiß, was sie wieder für Geschichten hat!« Der Herzog schickte einen Edelknaben hin, um zu erfahren, was das Lernen zu bedeuten habe. Er erhielt zur Antwort, einige Bauernweiber wollten durchaus in die Halle, um den neu vermählten Geschenke zu bringen, da es aber nur gemeines Volk sei, so wollen sie die Knechte nicht einlassen. Ulrich gab Befehl, sie vorzubringen, denn die Sprüchlein der Bürger hatten ihm gefallen, und auch von den Bauersleuten versprach er sich kurzweil. Die Knechte gaben Raum, und Georg erblickte zu seinem Erstaunen die runde Frau des Pfeifers von Hart, mit ihrem schönen Töchterlein, geführt von der Frau Rosl, ihrer Base. Schon auf dem Weg zur Kirche hat er die holden Züge des Mädchens von Hart, die er nicht aus seinem Gedächtnis verloren, zu bemerken geglaubt. Aber wichtigere Gedanken und die Heiligkeit des Sakraments, die seine ganze Seele füllten, hatten diese flüchtige Erscheinung verdrängt. Er belehrte die Gesellschaft, wer die nahenden Sein, und mit großem Interesse blickten sie alle auf das Kind des Mannes, dessen wunderbares Eingreifen in das Schicksal des Herzogs ihnen so oft unbegreiflich gewesen war, dessen Treue so erhaben, dessen Hilfe in der Not so willkommen erschienen war. Das Mädchen hatte die blonden Haare, die offene Stirn, die Züge ihres Vaters. Nur die List, die aus seinen Augen, die Kühnheit und Kraft, die aus seinem Wesen sprach, war bei ihr, wenn sie nicht schüchtern und blöde war, in eine neckende Freundlichkeit und in rüstiges Behendes Wesen übergegangen. So hatte sie Georg erkannt, als er im Hause des Pfeifers wohnte. Doch heute schien sie vor den vielen vornehmen Leuten etwas schüchtern, ja, es wollte ihm sogar scheinen, als sei ein neuer Zug in ihr Gesicht gekommen, den er früher nicht an ihr bemerkt hatte, eine gewisse Wehmut und Trauer, die sich um ihren Mund und in ihren Augen aussprach. Die Weifersfrau wußte, was Lebensart sei. Sie verbeugte sich daher von der Tür der Türnetz an in einem Fort, bis sie zum Stuhl des Herzogs kam. Frau Rosl hatte noch die Röte des Zorns auf ihren mageren Wangen, denn die Landsknechte, namentlich der Magdeburger und Kaspar Staberl, hatten sie höchlich beleidigt und sie eine dürre Stange geheißen. Wie sie noch sammeln und den Herrschaften geziemend die Familie ihres Bruders vorstellen konnte, hatte die runde Frau schon einen Zipfel von des Herzogsmantel gefaßt und ihn an die Lippen gedrückt. »Gutenabelt, Herr Herzig«, sprach sie dazu mit tiefen Knicksel, »wie gart's euch, seid ihr wieder in Stuttgart sind? Mai, ma, läßt euch schel grieße. Mir kommet aber eit zum Herr Herzig. Neu, zu dem Herr da drübe will er mir. Mir hände Hochzeitskränkle für sei Frau. Da sitzt sie ja. Gang, Barbele, langs ausm Grädle!« »Ach, du lieber Gott«, rief Frau Rosl ihre Schwägerin ins Wort, »mit untertänigst um Verzeihung, euer durchlaucht, daß ich die Leut reingebracht hab, es ist Frau und Kind vom Pfeifer von Hart. Ach, du Herrgott, nimm doch nichts übel, Herr Herzog, die Frau meint's ja quies gut!« Der Herzog lachte mehr über diese Entschuldigung der Frau Rosl, als über die Reden ihrer Schwägerin. »Was macht denn dein Mann, der Pfeifer? Wird er uns bald besuchen? Warum kam er nicht mit euch?« »Sel hat sein Grund, Herr«, erwiderte die runde Frau. »Wenn's Krieg geit, da bleib der Quiesit aus, da kann man n' Brauche, aber im Friede! Nein, da denkt er, mit Grasje Herre ist es gut Kirsche Fresse.« Frau Rosl wollte beinah verzweifeln über die Naivität der runden Frau. Sie zog sie am Rock und am langen Zopfband, es half nichts. Die Frau des Pfeifers sprach zur großen Ergötzung des Herzogs und seiner Gäste immer weiter, und das unausnöschliche Gelächter, das ihre Antworten erregten, schien ihr Freude zu machen. Bärbele hatte indessen mit dem Deckel des Körbchens gespielt. Sie hatte einige Male gewagt, ihre Blicke zu erheben, um jenes Gesicht wiederzusehen, das im Fieber der Krankheit so oft an ihrem Busen gehut und in ihren treuen Armen Ruhe und Schlummer gefunden hatte. Jenen Mund wiederzusehen, den sie so oft heimlicherweise mit ihren Lippen berührt hatte, und jene Augen, deren klarer, freundlicher Strahl ewig in ihrem Gedächtnis fortglühte. Sie erhob ihre Blicke immer wieder von neuem, doch, wenn sie bis an seinen Mund gekommen war, schlug sie sie wieder, aus Furcht seinem Auge zu begegnen, herab. »Sie, Marie«, hörte sie ihn sagen, »das ist das gute Kind, das mich pflegte, als ich krank in Ihres Vaters Hütte lag, das mir den Weg nach Lichtenstein zeigte.« Marie wandte sich um und ergriff gütig ihre Hand. Das Mädchen zitterte, und ihre Wangen färbte ein dunkles Rot. Sie öffnete ihr Körbchen und überreichte ein Stück schöner Leinwand und einige Bündel Flachs, so fein und zart wie Seide. Sie versuchte zu sprechen, aber umsonst. Sie küßte die Hand der jungen Frau, und eine Träne fiel herab auf ihren Ehering. »Ei, Bärbele«, schallt Frau Rosel, »seid doch nicht so schüchtern und ängstlich. Knälliges Fräulein, wollte sagen, knällige Frau, habt Nachsicht, sie kommt selten zu vornehmen Leuten. Es ist niemand so gut, er hat zweierlei Mut«, heißt es im Sprichwort, »das Mädchen kann so fröhlich sein wie eine Schwalbe im Frühling.« »Ich danke dir, Bärbele«, sagte Marie, »wie schön dein Leinwand ist, die hast du wohl selbst gesponnen?« Das Mädchen lächelte durch Tränen, sie nickte ein »Ja«. Zu sprechen schien ihr in diesem Augenblick unmöglich zu sein. Der Herzog befreite sie von dieser Verlegenheit, um sie in eine noch größere zu ziehen. »Sag einmal, Kind, hast du auch schon einen Schatz, einen Liebsten?« »Ei, was, euer durchlaucht«, unterbrach ihn da die runde Frau, »wer wird soebes von strommer Kinddenker, sie ist ja ehrlichs Mädel, herherzig.« Der Herzog schien nicht auf diese Bemerkung zu hören. Er betrachtete lächelnd die Verlegenheit, die sich auf den reinen Zügen des Mädchens spiegelte. Sie seufzte leise, sie spielte mit den bunten Bändern ihrer Zöpfe. Sie sandte unwillkürlich einen Blick, aber einen Blick voll Liebe auf Georg von Sturmfeder und schlug dann erröthend wieder die Augen nieder. Der Herzog, dem dies alles nicht entging, brach in lautes Lachen aus, in das die übrigen Männer einstimmten. »Junge Frau«, sagte er zu Marien, »jetzt könnt ihr billig die Eifersucht eures Herren teilen, wenn ihr gesehen hättet, was ich sah, könntet ihr allerlei deuteln und vermuten.« Marie lächelte und blickte teilnehmend auf das schöne Mädchen. Sie fühlte, wie weh ihr der Spott der Männer tun müsse. Sie flüsterte der Frau Rosel zu, sie und die runde Frau zu entfernen. Auch dieses bemerkte Ulrichs scharfer Blick, und seine heitere Laune schrieb es der schnell wachsenden Eifersucht zu. Marie aber band ein schönes, aus Gold und roten Steinen gearbeitetes Kreuzchen ab, das sie an einer Schnur um den Hals getragen, und reichte es dem überraschten Mädchen. »Ich danke dir«, sagte sie ihr dazu, »grüße deinen Vater und besuche uns recht oft hier und in Nichtensteinen. Wie wäre es, wenn du mir dientest als Zofe? Du sollst es gut haben, und hast ja auch deine Mume, Frau Rosel, bei uns.« Das Mädchen erschrak sichtbar. Sie schienen mit sich zu kämpfen. Oft schien ein freundliches Lächeln Ja sagen zu wollen, aber ebenso oft drängte ein schmerzlicher Zug um den Mund diesen Entschluß zurück. »Ich dankeschön, gnädige Frau«, antwortete sie, indem sie Marie in schöne Hand küßte, »aber ich müß daheim bleibe. Mutter wird alt und braucht mich. Püt euch Gott, der Herr, elle Heilige möchtet über euch wache, und die heilige Jungfrau sei euch gnädig. Läppelt gesund und froh mit eurem Herr, sische Guter, lieber Herr.« Noch einmal beugte sich Bärbel herab auf Mariens Hand und entfernte sich dann mit ihrer Mutter und der Base. »Hör einmal«, rief ihr der Herzog nach, »wenn deine Mutter einmal zugibt, daß du einen Lieben bekommst, so bring ihn mir. Ich will dich ausstatten, du hübsches Pfeiferskind.« Unter diesen Szenen war es vier Uhr geworden, und der Herzog grub die Tafel auf. Dies war das Zeichen, daß sich jetzt das Volk von den Galerien entfernen müsse, die sogleich mit Polstern und Teppichen belegt und zum Empfang der Damen eingerichtet wurden. In dem Partei der Turnitz wurden schnell die Tafeln weggeräumt, Lanzen, Schwerter, Schilde, Helme und der ganze Apparat zu Ritterspielen herbeigeschleppt, und in einem Augenblick war diese große Halle, die noch soeben der Sitz der Tafelfreunden gewesen war, zum Waffensaal eingerichtet. Es wurden an diesem Abend sogar Pferde in die Halle geführt, und Marie hatte die Freude, ihrem Geliebten den zweiten Dank im Rennen überreichen zu können, denn er machte den Herren von Haven zweimal im Sattel wanken. Der tapferste Kämpfer war Herzog Ulrich von Württemberg, eine Zierde der Ritterschaft seiner Zeit. Meldet er doch die Sage von ihm, daß er an seinem eigenen Hochzeitstag acht der stärksten Ritter des Schwaben- und Frankenlandes in den Sand warf. Nachdem die Ritterspiele einige Stunden gedauert hatten, zog man zum Tanz in den Rittersaal, und den Siegern im Kampf wurden die Vortänze zugestanden. Der fröhliche Reigen ertönte bis in die Nacht. Der Herzog schien alle Sorgen von der bangen Zukunft auf den Höcker seines Kanzlers geschoben zu haben, der wie die böse Zeit in einem Fenster saß und mit bitterem Lächeln einem Vergnügen zuschaute, von welchem ihm seine eigene Missgestalt ausschloss. Zum letzten Tanz vor dem Abendtrunk wollte Ulrich die Krone des Festes, die junge, schöne Frau Marie, aufrufen. Doch im ganzen Saal suchte er und Georg sie vergebens auf, und die lächelnden Frauen gestanden, daß sechs der schönsten Fräulein sie entführt und in ihre neue Wohnung begleitet hätten, um ihr dort, wie es die Sitte wollte, die mysteriösen Dienste einer Zofe zu erzeigen. »Sieg transit, Gloria Mundi«, sagte der Herzog lächelnd, »und siehe, Georg, da nahen sie schon mit den Fackeln, seine Gesellen und zwölf Junker, sie wollen dir heimzünden. Doch zuvor lehre noch einen Becher mit uns. Geh, Mundschenk, bring uns vom Besten!« Marx Stumpf von Schweinsberg und Dietrich von Kraft nahten sich mit Fackeln und boten sich an, Georg nach Hause zu geleiten. An sie schlossen sich zwölf Junker, ebenfalls mit Fackeln, an, um den jungen Mann diese Ehre zu erweisen, denn so wollte es die Sitte der guten alten Zeit. Der Mundschenk goß die Becher voll und kredenzte sie seinem Herzog und Georg von Sturmfeder. Ulrich sah ihn lange und nicht ohne Rührung an. Er drückte seine Hand und sagte, »Du hast Probe gehalten. Als ich verlassen und elend unter der Erde lag, hast du dich zu mir bekannt. Als jene Vierzig meine Burg übergaben und kein Stückchen Württemberg mehr mein war, bist du mir aus dem Land gefolgt und hast mich oft gedröstet und auch auf diesen Tag verwiesen. Bleibe, mein Freund, wer weiß, was die nächsten Tage bringen. Jetzt kann ich wieder Hunderten gebieten, und sie schreien hoch auf das Wohl meines Hauses, und doch war mir dein Dringspruch viel mehr wert, den du in der Höhle ausbrachtest und den das Echo beantwortete. Ich erwidere ihn jetzt und gebe ihn dir. Sei glücklich mit deinem Weib! Möge dein Geschlecht auf ewige Zeiten grünen und blühen! Möge es Württemberg nie an Männern fehlen, so mutig im Glück, so treu im Unglück wie du!« Der Herzog trank, und eine Träne fiel in seinen Becher. Die Gäste stimmten jubelnd in seinen Ruf, die Fackelträger ordneten sich, und seine Gesellen führten Georg von Sturmfeder aus dem Stoß der Herzoge von Württemberg. EA Productions 4. Mass کرet